Und herzlich willkommen zur nächsten Folge, also Folge 26 von, äh, ich wollte gerade Friedou sagen, aber ist ja mein Test, mein Klon. Das ist quasi mein Klon, so, Pokémon-Style. So, okay. Wir brauchen noch ein paar Steinechse, dabei können wir gleich mal ein bisschen Holz hier aufladen. Haben wir schon noch relativ viel gesammelt. Geht da eigentlich tatsächlich sogar? So, das ganze Axt... Ach, Akazienholz. Äh, da können wir natürlich hier schön erstmal für Stecker verwurten. Das brauchen wir wahrscheinlich eher so am wenigsten. Brauchten wir bloß für die Rahmen, für die Fenster irgendwie. das gerade wegen weil baum doch genau hier ab akadien dieses wort das ist ja auch alles nutzt oder doch ja eben zwar drei buch aber es müsste viel hoch sein dass das problem da oben ist noch heute da finde ich das hier nicht lecker mir sage ich dann danke so nächste reihe also ich war hier noch nicht fertig mit der reihe so dass heute den erstmal endgültig reichen für die nächsten 500 jahre ja ja italien So, So, hier nicht wieder die Hälfte an Holz vergessen, sonst dies war das ganze Zeug wieder nicht. Das sagen wir ja auch nicht. Das Schlimmste wäre, wenn nachher irgendwelche Blätter noch in der Luft hängen bleiben und wir uns wieder mit irgendwelchen Kackstiften hochballern müssten. Ich glaube, das wäre das schlimmste, das schlimmstmögliche Szenario. Quasi der Super-Go-Der-Förster. Ach ja, jetzt habe ich eigentlich geguckt, habe ich eigentlich irgendwas verpasst? Schreibt mir irgendjemand was? Nee, nee, nee. Für mich interessiert sich keiner. Ich bin nach Hause. Ich muss mit meiner Mami. So. So. Das war's für heute. Gut, wir brauchen ja eigentlich bloß noch das Dach. Dafür ist es hier eigentlich schon wieder fast viel zu viel Holz gewesen. Aber wir haben jetzt vielleicht ein bisschen Vorrat. Dann haben wir auf jeden Fall das Dach. Dann können wir uns dann langsam mal sich um die Einrichtung kümmern. Also Sachen wie Tischausbau, Bettausbau, Stühle um den Tisch herum und solche Sachen halt. Beziehungsweise was ich auch noch machen möchte ist schon automatischer. Also quasi so ein Ofen, wo direkt Kisten dran sind. Finde ich immer sehr nice. Alles schön zu mir kommen. Oh komm, die letzten Bäume noch weg machen an den Armen. Das war's für heute. Das war's für heute. Was hier? Wo sind auch solche Dinger drin? Stimmt, manchmal wachsen diese Bäume auch eins weiter runter. Ist wohl schon aufgefallen. Ist aber nur manchmal so. Ich gehe. Das war's für heute. Das war's für heute. Ich... Ich... ... So, damit sollten wir jetzt alles haben, außer hier unten, die nehme ich unten mal aus, wie ihr sagt, ein Baum ist jetzt in den Boden gewachsen, alle anderen haben sich normal verhalten. Sehr respekt. So, wie viele Samen haben wir, wir haben gerade mal 19 Dschungelsamen bekommen, das ist ja tatsächlich nicht gerade die Welt, ja, also, na gut, wie ihr sagt, jetzt meistens wahrscheinlich die Spot, bevor wir es abbauen konnten, äh, also abgesammelt haben, wegen Weil-Baum, ähm, was kommt hier rein? Die kann normale Erde rein, ne? Ja, doch, sieht aus wie normale Erde. Ja. Sollte es sein. So, gut, Dachbau, ähm, jetzt folgendes, das Replacer-Tool, erstmal brauchen wir ein bisschen, ich schreibe jetzt mal auf, der ganze Schlumpf-Darm kann alles weg hier, du kommst mal ganz kurz her, aus dir machen wir gleich mal was Sinnvolles, äh, äh, ähm, äh, danke. So, so ein schöner Pfahl hier, und da kommen jetzt diese ganzen Dinger ran. Kakao wechseln nämlich nur an solchen Bäumen, deswegen mache ich mir immer so eine Baumstämme, die ich da rankehre und dann quasi so als, ja, Wachstumsgehilfe, quasi als Gewichtshaus, äh, das brauche. Ähm, was ich jetzt auch eigentlich wollte, ist hier alles ausleeren, kommt der ganze Schund dann hier mal raus. So, und jetzt kommt nämlich das ultimativ geile Super-Tool, was ich gerade meinte. zum Einsatz, dann zeige ich euch mal, wie das funktioniert, äh, wo ist es, da ist es. So, jetzt brauchen wir die Treppen. So, ich hoffe mal, Quatsch, ich hoffe mal, das reicht. Ich hab keine Ahnung. So. Und der spielt das geniale Tool nämlich seine Stärken aus, und zwar, ich platziere einen Teil, so wie ich es haben möchte. Jetzt markiere ich mir das. Also, ich weiß nicht, ob es funktioniert, aber so soll es funktionieren. Drücke die Sondertaste, also in meinem Fall halt die Q-Taste, jetzt drücke ich rechts, klick darauf, jetzt habe ich das Ding kopiert, und zwar so wie es ist. Und jetzt kann ich das praktisch immer hinsetzen. Also, es ist natürlich kein Cheaten, sondern man sieht unten meine Leiste, ich verbrauche meine Sachen. Aber, auch wenn ich so stehe, wird es genauso hingesetzt. Das heißt also, das Arbeiten ist jetzt viel leichter, wo ich jetzt wirklich einfach ranbauen kann, wie es sich gehört. Ah, das ist Arbeitserleichterung Pro Extreme. So. Tada. Fuck. Mann, Alter. Mach's mal richtig, ja. So. Jetzt wieder rein, und jetzt die anderen rein. Und damit gehen halt gerade solche Sachen wie Dächer halt viel Scheiße. Viel schneller. Äh. Habe ich mich hier zugebaut, komme ich gar nicht mal hoch. So. Danke. So. Äh. Nein. Das doch. Achso. Ja. Fuck. Achso. 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 haben wir uns nicht gerade zu einmal verbaut ich war mir sicher wenn uns das einmal verbaut also vor allem das andere problem ist ich komme jetzt hier nicht mehr rauf ich muss also jetzt 1 abbauen bzw ich mache mir klar das funktioniert natürlich nicht weil wir haben keinen sand dabei gut so ach siehst du wir müssen ja hier auch noch die dinge anklatschen da habe ich so eine formel aber zum glück mit dem ding jetzt ein bisschen einfacher aber es ist halt leider immer noch nicht wahr so und die nächste so ganz oben kommt dann so eine reihe slabs drauf ich bin ja bescheuert ich kann einfach alle drei reihen mit einmal machen das würde das natürlich noch gleich viel mehr effizienter gestalten fuck so doch könnte mit den slabs tatsächlich mit den mit den stairs tatsächlich reichen so 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 ob ich mit auf server ziehen kann aber ganz ehrlich kommt mir gerade ganz gelegen wie man da umsicht so die restlichen tue ich hier wieder rein jetzt habe ich noch ach ich hätte noch ein paar hatte ich nicht wir brauchen und zwar um jetzt für die hat ich habe ich mir nicht gerade so ein ding gegeben so ein stick habe ich mir wahrscheinlich gerade ein stack richtiges holz gegeben in meiner grenzenlosen dummheit keine ahnung wie viel wir brauchen 60 könnten aber reichen oder doch 60 reichen 120 dinger machen und dann 120 dinger machen und dann wieder die hälfte wieder in die küsse packen weil okay hier ist aha mein lieber schliefer der was hier auf der die hälfte auch so okay so so hänge ich hier an den diese stairs und slabs sind wohl allesamt ein bisschen buggy was diese schleichfunktion angeht da bleibt ja immer irgendwelche ecken gehängt die da gar nicht sind einfach nur weil da blockgrenze ist es hat make no sense but it's funny exo ist on lol leiderei ach siehst ich muss euch noch ein paar gebäude zeigen in der nächsten aufnahme denn weil ich euch erstmal hier ein bisschen in der stadt rumführen mal zeigen was mir so ein bisschen geändert hat ist ja schon wieder eine weile hinter der aufnahme jetzt sind hier noch ein paar blätter ich glaube das einfach nicht ich glaube das nicht weg da alles weg so ok und ja ich setze mal ein paar fackeln auf die wirklichkeit schütteln wir trennen ich brauche kohle und stöcke so 40 fackeln haben wir die setze ich mal hier so immer naja viel heller macht es das aber jetzt hier auch nicht oder na doch ein bisschen heller wird schon aber nur wissen ich hätte mit größeren auswirkungen gerechnet so ok doch 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 ist heller geworden ist jetzt ist doch heller geworden ok dann nehme ich mal jetzt hier um die ganze schunde wieder weg so gut damit ist der dachbund schon mal fertig mein server ist gerade da umgegangen das ist natürlich das problem der welt 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 hat mit kranz pro mit ganz großen sachen jetzt weil sie wollte das ist eine mod mit der kann man praktisch sachen markieren da kann man die abspeichern beziehungsweise im außen gespeicherten zustand wieder rausladen in die welt hinein oder halt sachen drehen verschieben whatever das problem ist halt wird es ist halt sehr rechenintensiv und auch sehr instabil das heißt kleinere bereiche kein problem aber gerade wenn man größere bereiche speichern möchte oder wieder in die welt reinladen möchte dann dauert das ewig und wenn man sachen verschieben möchte also in der welt bewegen möchte rotieren etc dann kann es bei großen sachen sogar sein dass sich der server komplett verabschiedet heißt also er ist halt einfach in plus ausgelastet alle springen raus in time out und ja man muss den server halt um das unterbrechen wie setten also ja richtig abwürgen halt also mit steuerung c diesen klassischen äh sequenz unter linux mit dem steuerung c funktioniert dann auch nicht mehr sondern muss wirklich richtig das ding dem dem kill signal senden quasi ja das ist natürlich gerade für server immer ein bisschen diplomatisch weswegen ich mich auch versuche hier mit welt in dem bei meinem server aber ich bin zu beherrschen ähm du musst wissen ich muss das mehrmals machen ne nur einmal und schreibe mir da schon wieder äh auf der tasse das muss so rumgespielt gegangen wissen so viel mit wollte nicht rumgespielt haha das muss so wollte ein haus an dem spawn packen aber sind wohl nicht ganz gut mit 13.000 blöcken hatte ich jetzt noch keine so großen probleme äh ich würde auch gerne den server hosten aber die portfreigabe geht leider irgendwie nicht bei meinem kackruder ja und das genau genau zu mir gehört ja meine freund koana oh ok wie findest du die statuen geil ich hab gestern schon gesehen oder auch heute morgen keine arbeit ah interessant na gut ok ja äh gut dachte man ist soweit fertig jetzt kommen die kisten hier mal weg ich würde die mal ein bisschen an der rand stellen da wo kisten noch eigentlich hingehören lalalala lalalala i'm out of order my brand is afk ich brauche ein bisschen das heute mit dem äh die kisten mit dem holz hier das brauchen wir sowieso eher weniger ja jetzt haben wir jetzt mal acht kisten sollte erstmal reichen ich dann wie erst mal in notgetrunkener weise schon intelligent ja was der wäckchen oh komm hier da hier so bam bam ah doch hat er zum glück richtig gerichtet alles andere wäre schon arg traurig gewesen ja die anderen kisten nicht durchstelle ich jetzt zu den marken bis zum glück ist sogar sie mittel ist natürlich nicht mittel ist mir egal so jetzt die alte werte trick einfach abholen was abgebaut gehört und die ganze scheiße reinräumen lalalalalalalalalalalalalalalalalalala also alles aufgesammelt ja alles aufgesammelt sehr schön gut dann können wir jetzt ein bisschen sortieren heißt also der ganze bauschund kommt erstmal hier alles wieder raus den packen wir in den hinteren kisten ja komm hier auch alles voll so heißt also hier kommt alles rein was reiner bauschund ist also sowas hier wie satt und gestein und alles was next level shit ist wie zum beispiel holz oder glas kommt dann hier rein so und hier vorne kommen dann bloß noch sachen rein die hat also alles andere muss man ja wohl nicht weiter erklären das heißt höchstens noch dass ich versuche hier ein bisschen eher so auf essen bezogen essen farming et cetera und hier so ganze andere wirklich restposten in dem sinne so alles aus solz kommt einfach mal hier rein so das da mit rein und dann haben wir das das ist ja panisch ich auch chinesisch ich bitte was ich rechne halt auch schon wieder findest du statu ich gerade gestern gesehen der server ist wieder on ich mach mal ich mach was ich mach die fläche lieber kleiner und lang ich mach mal ich so will aufschnechen hab so ein altmodisch Haus von youtube abgebaut will das jetzt spornbord im wald ich kann ich auf chinesisch ich bitte dich das ist ja boi ich ich steh spidi futter ich was spidi futtern ist ja falsch ich bin kurz weg um das kurz zu machen ja naja wie gesagt zeige ich euch nochmal die nächsten aufnahmen so was hat alles mit essen zu tun das hat was mit essen zu tun ansonsten das hier das auf jeden fall auch siehst du wir können mal nach unserem feld gucken warum ist hier sand warum liegt da heu das ist interessant so ja hier ist noch nicht allzu viel passiert da hatte ich mir ein bisschen mehr erhofft gut dann können wir jetzt quasi direkt erstmal pausa machen und dann sehen wir uns in der nächsten folge wo ich euch nochmal ein bisschen in der stadt rumführe ja in dem sinne schau mit v wo どう wo w wo 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 Vielen Dank.